PULIKO Leute WAHMIS HATZ WETT HEY LEUUTE WELKOMMEN AUF YOUTUBE NEIN YOU CAN'T TAKE IT BACK NO I'VE GOT SO MUCH LEFT TO SAY BUT I'LL TAKE MY WORDES AND WALK AWAY Ich bin gespannt Ey, danach hab ich echt gar keinen Bock mehr, ne? Ne, noch danach auch, gell Ja, ok Weil die ganze Zeit die gleichen Summe kümmern uns echt nicht auf Ist irgendjemand noch was Picks on? Weil Maxim wär noch, glaub ich, on Die ganze Zeit Ich bin gespannt was da los war mit meiner schule hat es zum naturwissen schaffen vielleicht einfach zusammen na wie hat es eure scheiß fächer können wir bohren deiner standgebläse das darf man nicht bannen es gibt ganz normale standgebläse ja auch klar aber das kann man nicht nach das macht das passiert aus wie eine normale ja weil die realms einfach durch pushen ich dachte gerade so was von bad deswegen hab ich mich so erschrocken als ich gestorben bin hey lolle da wäre fast einer in unserer base zu bauen ganz angekackt alter alter und schreit wie kann denn fast einer in der base bauen oh mein kopf die sind bauen in der mitte der bug da eine sekunde lang rum und entscheidet sich dann aber doch nicht in unserer base zu bauen und ich liebe es und ich bin schnell und ich bin ein guier 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 Born, du heißt Julius, gell? Oder wer heißt du? Nee, er heißt... Keine Ahnung, er heißt Born, in echt. Okay, Julius. Willst du mich, wenn du 18 bist, adoptieren? Ey, stell dich oben safe, wenn... Da kannst du mir Minecraft beibringen. Old Mathe. Ey, stell dich oben safe, wenn das der Born nicht hier runterschieß, ne? Ich schreie, OP-Wick zu bauen, komm mal unten. Ja, er lässt dich von Born adoptieren. Ey, lass dich mal alle von Born adoptieren lassen, egal. Wir machen so eine Villa auf. Alle mit Kindergeld machen mir so ein Hose auf. Junge, ich schwöre... Und dann... Devo Durchschnitt verdient. Es sind 43 Tausend. Das war natürlich ein schneller Fall. Ich bin der einzige in der Base, zwei Full-Eco, Leute. War ein Messer hat's Bett. Hey Leute, willkommen auf Youtube. Nein, komm bitte ins Bett, Youtube, bitte. Hey Leute, ich bin's Andevo, willkommen zu meinem Video. Nice. Aber nicht, Feinke, frei. Was ist das? Lass das Gesang von Kaki auf dem Video. Hä? Nehmen wir gerade auf? Ja, ich. Ich nehme immer auf, aber... ... ... ... Untertitelung. BR 2018